Und jetzt können sie einen Konter fahren. Er zieht ab. Brillant gemacht. Was für ein Einstieg ins Spiel für sie. Erster Schuss, erstes Tor. Kompliment. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. So, da hätten wir...